Was? Hat mich dumm, 3 Tiddly und Eieiei und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Joker mit dem guten Schedefox und Chibi Dexter Armstizzl, wie geht's euch? Hi, mir geht's gut. Moin! Das ist wunderbar, schön und jetzt öffnen wir die Blöcke Pfff, du hättest scheißegal Scheißegal, was du jetzt gesagt hättest, das wär's trotzdem so weiter gegangen im Kontext, ne? Eieieieiei, 1 vor 3 Was? Run Run, Nigga, run Ja So, Chibi ist in Sicherheit Ja Oh, lol, das kommt ja bis da sonst Oh nein, warte, der stirbt Ja, Mann, der buggt, Alde Oh nein, okay, doch nicht Er buggt nicht mehr Bringt uns in Sicherheit Kevin, such doch schon mal einfach die Cialonge Ja, ich hoffe, dass er mich nicht erschießt Oh Gott Der stirbt, der stirbt, der stirbt Erlaub ich So, ich drücke auf RANDOM Das ist wie viel Das ist wie viel scherbt, alter Das ist wie viel scherbt, alter Leute, ihr habt's gesehen, ne? Ja, warte, bevor du's ja aussprichst Ich hab da so'n pepsendes Nein im Ohr Ich weiß nicht, ob er noch lebt Ja, er lebt noch Ne, der lebt noch Ich seh sein Namensschildchen, ja, ja Ja, ja Alle unten So, Challenge ist Bau ein Nether Portal Wow Viel Spaß Wow Oh Gott, Alter Oh Gott Was wir verkaufen alle Also, ich seh's kommen nach Part 50 haben wir nen wundervollen Kampf Ja Aber so nen richtig Ja, das sowieso Ja Wir werden ihn nackig verkloppen Ich hab zum Beispiel noch nen Joker Block hier Für irgendwen von euch Ach ja, stimmt Aber ist ja ganz in Ordnung Das heißt, wir haben ne ruhige Folge Und können uns gediegen Und ganz locker easy Gib mir nen Joker Block jetzt Nein, das ist meine Entscheidung Komm So trocken einfach, ey So, soll ich mal gemein sein? Oh, Junge Soll ich mal gemein sein? Was soll's denn machen? Was denn? Komm mal Wo bist du? Mann, ich bin grad produktiv Was denn los? Wo bist du? Ja, ich seh dich von hier Komm mal Chill, Chibi Ja, ich guck Wow Alles klar Heimer läuft übrigens auch jetzt Ich möchte jetzt nochmal klarstellen für alle Zuschauer Nein, wir haben nicht beschlossen, dass wir jetzt quasi bis 50 noch machen und dann uns den Brüder gegenüber stellen, damit Kevin jetzt absolut Narrenfreiheit kriegt Nein, das war nicht unsere Intention Wir hätten vielleicht sagen müssen, der, der am meisten Scheiße baut, muss alleine gegen drei kämpfen Ja, genau und Spiels umdrehen Wenn der Fall kackt, dann gibt's die Bestrafung Wir drehen die Mission Minecraft Joker um, nicht wir müssen einen Wither killen, sondern drei Wither müssen einen von uns killen Ist das dein Ernst? Hast du das Schaf hier gekillt jetzt? Äh, ne Ich hab den nicht gekillt, ne Den Schaf Den Schaf, ne Ah, da hinten Du auch, Chibi Hau ab Dankeschön Ich hab meine Kuh Oh Huuu Huuu Hat er Spaß, ne Ja Hat er Spaß Äh, Chibi Ja Kommst du mal bitte ran Ja Wie? Ne, ist nicht dein Ernst Stell dich mal bitte hier auf den Block Ok Kevin Ja Öffnest du den bitte Ja, mache ich Du hast jetzt einen Minus 80er, wa? Ja, selbstverständlich Oh, nice Oh wow, leck mich am Arsch echt Ne, hier Hier, hier Schäne Ich hab verfahren Ich schaffe es Hast du mir jetzt nicht gegeben Doch Ich kümmere mich in die Challenge Hallo, Schäne Nein Ich kümmere mich jetzt in die Challenge Ich öffne extra Blöcke Schäne, warte Marco, oder? Ja, geil Schön, dass du für mich mitentscheidest, dass ich auch Blöcke öffnen muss dann Achso Ja, das hab ich jetzt Hast du nicht bedacht, ne Ne Ne, leck mich, geh weg Okay Geh weg Äh, okay Mach die Fahr, Marco Ja Boah Boah, Marco Jo Ich hab die Welt der Schafe gefunden Der macht doch jetzt hier sowieso nix, Schwie Oh hell Na ja, der Gedanke zählt Ne Wie Boah, ich hab noch was für dich Boah, echt eh Batman Ja Und ich hab noch was Ein Wolf Ich find's so wundervoll wie produktiv du einfach bist, Kevin Ja Hallo Es ist der Hammer Es ist der Hammer Es ist großartig Ich liebe euch doch Ja ja, ich merk's Äh Also, freundschaftlich liebe ich euch Also ich, 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 äh F steht für Freunde Ja Hier was unternehmen Wo steht für unfairer Kampf Machen So, ich hab dann gleich schonmal, äh, keinen Hunger mehr Ist schonmal geil Ja, ich auch gleich nicht mehr Super Oh ja, Land des Schafes Ich seh's Hast du's gefunden? Ja, ja Ich hab genug Wolle für uns Den würde ich sagen, lassen wir uns auch direkt da nieder, wa? Ja Ziemlich offen, äh, übersichtlich hier Ich brutzel grad mal ein bisschen Fleische Mhm Dann, ich mach drei Becken Wo sei er denn? Oder wolle er mich nicht mehr haben? Links Wow Wann für ne Richtungsangabe Links 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 Nicht rechts Nein, nein Wapptest Das war eher ein Treble-Test Genial Kevin Ja Siehst du in der Nähe vom Spawn Da, wo wir waren, halt, diesen Pilz Großen Ja Äh, seid ihr auf dem Berg drauf, oder was? Ihhh Ja, fast Geh doch mal bitte einfach dahin, wo du deinen komischen Bums gespawnt hast Da, wo die Werkbank steht Ja, wer lebt's denn da? Ja, geh doch mal dahin Ich bin doch hier oben Haarschäne hinten Auf den Bäumen Siehst du mich? Ja, hier auf den Bäumen Dreh dich um Achso, du bist ja schon da Ja, wow Ja, natürlich Ich bin nicht doof Ich hab gesagt, ich hab ne gute Orientierung gesehen Also hast du links gefunden? Ja, natürlich hab ich links gefunden Wo war es denn? Rechts? Ne, links Ne, links Ne, ich hab dir schon gefragt, wo das links war Hier hinten, da vorne Ist mehr loyal, wo es war Man kommt ja auch nach links, wenn man sich lange genug nach rechts dreht, ne? Genau Genau Ja, dreimal Hör mal Das reicht langsam, ne? Das hackt gleich Ja, wo sowas kommt Hackfleisch Die sind jetzt schon wieder, ne? Es wird dunkel, wir können gleich schlafen, also lauf nicht zu weit weg von den geilen Betten Ah B Schlafen Schlafen Ne, Aldi Schlafen Schlafen ist nicht Eigentlich ist das weg Oja, oja, oja Würdest du mal ins Bett gehen, dann hätte dir guckt ein Creeper oder sowas Oja, 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 oja oja, oja, oja Also erstmal gucken Bin heute Troller af g Heute? Hm, immer Ja, nur heute Immer 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 Hier vergnüge dich hiermit Ist das da vorne Lava? Wenn ich diese Chalongue schaffe, ne? Chalongue 2 Okay, es ist keine Name. Scheiße. Seit kurzem haben meine Nachbarn die tolle Angewohnheit, egal zu welcher Tages- oder Nachtszeit, auch scheiß egal welcher Wochentag, laut Musik zu hören. Oh ja, da kennst du aber unsere Nachbarn noch nicht. Ja, das störende, das, 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 die Thematik, das Musik hören, juckt mich nicht, aber was sie hören? Ich hör nämlich die ganze nur Ich denk mir, so was ist das? So ein Frettchenerwürgen oder so? Ne, dann ist leider Musik. Was denn für ne Musik? Ja, Frettchenerwürgen. Ja, wenn ich das wüsste, dann könnte ich das genauer erklären, aber wie gesagt, ich höre nur Was ist denn die Wale? Ich, ich hab keine Ahnung. Das ist ein Walzer. Also, ich lauf mal ein bisschen weg. Ne, ich guck mal ob ich irgendwo was finde. Ja, Trip. Und doof oder was? Weiß nicht, in welche Richtung kann man denn am sinnvollsten laufen dann? Das ist ein bisschen Wichtig jetzt. Weiß wo. Nach unten. Nach unten. Ja komm, ich versuch's einfach mal. Ich versuch's einfach mal. Wat versuch's? Ja, die Challenge zu schaffen, Junge. Ach so. Mensch, er hat denn ne Diamantspitzhacke bekommen? Ja, welch Zufall, ey. Krass, oder? Aua. Bin als Teammate, ne? Ja, ja, bist du. Ich bin nicht so ein Anti-Team-Mate, wie immer alle sagen. Sorry. Ja, lache ich. Da wird das Lachen noch vorher, du Drecksack. Ja, gleich, bei den Blöcken, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, da... Du müsstest alle nämlich öffnen, das seh ich jetzt schon. Nee. Und ich hab kein Essen mehr. Ich baue gerade schon Obsidian ab, ne? Just saying. Ich sterbe. Ja, guck. Auch gut. Ich habe wirklich... Weil? Kein Essen und weit weg. Ach nee, ist jetzt nicht dein Ernst, dass du das gerade sagst. Mhm. Ich erinnere dich an Joker 1. Ja. Du hast aus meinen Fehlern also nicht gelernt, ja? Ne, warum soll ich? Man muss die Fehler ja selbst machen, um daraus zu lernen. Ja. Du hast dich jetzt mit gezielter Absicht sehr weit von unserem Platz entfernt, um dort dann ohne Essen zu krebsidieren. Ja, ich hab mich sehr weit entfernt. Ja, ich würde sagen Boykott, ne? Wie Boykott? Alter, willst du mich verarschen? Ja. Ne? Ganz ehrlich, ne? Ne? Nein! Du hast dich gerade selber zugegeben. Nee. Ja doch. Nee. Ja doch. Hallo? Hallo? Nee, Alter. Ich sagte, ob du dich gerade bewusst weit entfernt hast, um dort zu verhungern. Und du sagst, ja, das ist Boykott. Was? Hör mal, warum, warum, ne? Äh, spawnen die kein Fleisch, die Pferde, ne? Ich will mal lecker Sauerbraten essen. Men. Lasagne? Salagne, ja. Ich hör mich immer auf dem Heimweg, ne? Ja, besser ist das vielleicht. Wenn ich nicht sterbe, dann ist's Ende. Ja, merkst du selber. Mhm. So Part 47, Kevin hat verstanden, dass Joker 2 genau so funktioniert. Ja. Läuft bei dir. Können wir aber ein Bett bauen, also so ist es nicht. Genau. Wir machen das jetzt einfach so. Minecraft Joker wird jetzt so gespielt, dass jeder sich sein eigenes Nest baut. Nein. Begleicht von allen anderen. Ja. Ei. Cool. Kumbayama! Kumbayama, du! Also, ich kann sagen, ich habe nichts gefunden. Hippi, Mann. Okay. Ja. Kumbayama, Tador? Keine Ahnung, was ich gesagt habe. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, ihr hins für Dreck. Drecklicher Dreck. So, ich mache uns mal eine Truhe. Das ist nämlich auch noch nicht entstanden hier. Fuck you! Fuck, fuck you! Kennt ihr das Lied? Das ist ganz schön gemein. Ja. Was denn? Ich habe doch nur gefragt, ob ihr das Lied kennt. Das ist voll bekannt. Ich kenne es, aber ich mag es nicht. Das ist so negativ. Ich mag das aber. Ja, das kann ich mir vorstellen. Fuck you! Und ich singe auch immer. Fuck you! Hey, Kevin, ne? Was? Hey, Kevin, ne? Was denn, Alter? Hey, Kevin, ne? Ja, was denn? Hey, Kevin, ne? Amen, Kevin! Ich finde keine Lava, Kevin. Na, Pech, ich habe alle Blöcke öffnen, ne? Und keine Doko. Ne? 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 Noch habe ich 5 Minuten etwa. Ja, dann such! Bin dabei. SUCH! Hab mich geil! Ey! Bahia! Heidia! Also, ganz im Ernst, es wurde ja glaube ich schon mal irgendwo in einem Kommentar geschrieben, von wegen der Tibi hat man so wenig. Das Problem ist, ich bin ein sehr respektvoller Mensch und ich unterbreche sehr ungerne Menschen, die gerade im Redefluss sind. Und da stellt sich natürlich dann die Problematik auf, dass eine gewisse Person hier in diesem Projekt eigentlich 24-7 den Schnabel offen hat und auch die ganze Zeit versucht bereits sprechende Personen in ihrem Wortfluss zu unterbrechen. Ja, Alter, komm, ey! Wie gerade zum Beispiel. Und, ne? Ich möchte einfach nicht unhöflich erscheinen. Weil du ja redest, darum magst du einfach jetzt extra, Mann! Gott, ne! Sorry, Chibi! So, servus und hallo! Mein Name ist Shane von Ghost Games. Ich weiß nicht was die anderen spielen. Ich weiß nicht, warum hab ich? Nein, der serv... Hallo? Server leckt nicht! Ne, ein bisschen leckt der bei mir im Moment da. Bei mir überhaupt nicht, jetzt mal no joke. Ähm, ja doch, vor ungefähr fünf Minuten hatte er mal... Äh, zehn Minuten hatte er mal ein bisschen rumgezuppelt. Aber da warst du auch noch nichts los. Hör mal an, ne? Was denn? Ich geb dir recht! Warum meckerst du mich jetzt schon wieder an? Entscheide dich mal! Hate me or love me, Baby! I love you so much! Merk ich aber nix von! Mein Dienstag hab ich auch nix gekriegt! Ja, ich kann's ja auch nicht zeigen! Arsch! Pfff! Arsch! Ey, Arsch, Alter! Hat einer von euch schon Lava gefunden? Ne, du Arsch! Pfff! Wow! Okay, dann geb ich's auf! Juhu! Aber ich kann mich auf die Suche nach Lava machen! Bereiten wir schonmal mental darauf vor, dass wir gleich allesamt gemeinsam Blöcke öffnen und das Ganze überleben. Weil das wird unser Run-Safe-Call. Pfff! Oh, du Arsch! Ich baue uns ein Haus. Du Arsch! Brauchst du nicht bauen, ist unser Run-Safe-Call. Ja, für diesen Run benötigen wir auch ein Haus. Ah, ich glaube nicht, wir kriegen das so locker easy hin-Safe-Call. Hör aus, du Safe-Call! Du Rombo! Pff! 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 Was zum Geier! Was zum Geier! Oh, wenn ich groß bin, dann will ich sowas nicht mehr machen, ey! Wenn ich groß bin, will ich Flamer werden, Alter! Was? Flamer? Mhm! Ja, ich werd dann Forum-Troll! Ja, viel Spaß! Es werden jetzt wahrscheinlich bald Gesetze entschieden, ne? Hier, gerade zu diesem Thema. Inwiefern? Ja, dass gerade dieses Rumgehate und Rumgetrolle etc. in die Interwebs härter bestraft wird. Ja. Aber ich bin ja dann anonym. Da kommt die NSA, da kommt der Trump. Ne, ich muss doch, ich geb einfach nen anderen Nicknamen an. Ich geb ja nicht meinen echten Namen an. Reicht doch. Anonymous! Evie ist aber einfach iso. Ne, es noch teilt werdenВО. Me. Ne, Kami, Me, Me, Me ich nicht. Ne. Kami, Me, Me, Meال ist aber geil! Es ist aber nicht Ohno unnummern und umson. Kevin? Reicht'reύَn noiga祭rgss.' Kevin stehst du vor mir? Arschloch! Geht mit dir! Geht.. Ja! Ich weig Niig Pfizer. Oohhhohhohhoha Ajajajaja Kiby? Nee noch nicht da steht jemand anderes vor dir der natürlich jetzt mit absoluter Absicht nicht zur Seite weichen möchte Jetzt passt dankeschön So dann haben wir schon mal alle unsere Böcke alren kaputten ... Cyberpunk Ouhh Disconnect glaub ich ey Warte mal was hat Kevin mir immer in den Kopf geschmissen wenn ich gesagt hab hierSE RANGEQUID Nein! Verkackt! Okay, jetzt komm wieder, wir müssen Vlog öffnen. Nimm mich durch! LOL! Hat einer von euch ein Portal gebaut? Nein. Na dann. Kevin! Kevin! Ein Mann mit Profis. Das heißt, Minecraft Joker 2.5 wird unter völlig... Irgendwas falsch. Wie, bei dir ist irgendwas falsch? Das wissen wir schon. Kannst du mal ins Detail gehen? Ich wollte einen Link darstellen, du Scheiße! Ja, komm jetzt. Einen Leck darstellen. Ich zeige dir mal, wie man einen Leck darstellt. Achtung, ich tue jetzt mal lecken. Ja. So, können wir dann jetzt bitte einfach die Blöcke öffnen? Wir sind nämlich durch und Kevin, das ist dein Gebums. Ich habe keine Blöcke gekriegt von dir. Wow. Ich muss kurz das Ressource Backcode wieder raus tun. Warte fünf Minuten. So, erstmal einen Schluck schön Kaffee noch. Und jetzt... Oh, wo sind denn die Blöcke? Kine! Auf Blöcke. Hol sie dir selber. Wow. Will was haben und verkloppt die Person erstmal. Hast du auf dem Schulhof gelernt, ne? Gib mir dein Pausengeld in. Ey, ich habe die Blöcke zugeschmissen. Oh, leck mich! Mann, ihr Schweine. Ja. Anti-Mail! Er will einen Leck vortäuschen. Disconnected einfach da nicht. Kriegt er die Blöcke nicht wirklich ab. Und dann schiebt das uns zu. Kevin! Ja. Die können wir aus. Ich möchte ganz kurz anmerken. Ich habe schon Zusprüche bekommen, dass dieses Format gewissen Kindern... Ist nicht dein Ernst. Ja, wir sollen nur öffnen. Wir müssen nur rein machen. ...gewissen Kindern nicht gezeigt wird, weil dieses Format ja absolute Katastrophe ist. So. Was hast du denn jetzt geöffnet? Kann ich nachvollziehen? Plus 80er. Plus 80er. Ja, komm. So, Jimmy. 1, 2, 3, komm. Hopp. Wisst ihr, dem geht es wieder nicht schnell genug hier. Erstmal Kaffee schlürfen. Warte kurz. Warte kurz. Ja? Ja, mach ich schon. So viel Zeit haben wir noch. Ich mache mir auch einen Kaffee. Guck hier. Milch, ne? So. Kevin, zähl an. 0, 1, 3. Wuhu! 0, 1, 3. Ja, komm, Alter, du Gakakakangel. Du Gakakakangel. Oh, bitte, Alter. Können wir bitte den Nuller? Nuller Block. 1, 2, 3. Was? Wuhu! Das geht jetzt hier ab. Ich habe ganz viele Dias, lol. Ich habe eine Blume. Eine romantische Rose. Oh, warte mal, warte mal. Ich habe eine Lucky Potion. Was? Du willst was haben nach dem ganzen Scheiß? Hau ab mit deinem Scheißblock. Das ist deiner. Nee, ich wollte das selber. Kriegst du nicht. Geh weg. Oh, toll. So, jetzt hier. Letzter Block. Ich reiche den Kaffee. Ach, du Schlein. Okay. Oh, Alter. Jetzt geht's los. Ja. Mann. Lucky Bow. Kann der was? Nee, Alter. Boah, ey, schüttel dich jetzt. Nein, nein, schau, schau. Können wir jetzt mal, Kevin? Ja, ich will doch, aber der. Mit meiner Kaffee. Stopp mal. Ich kann jetzt nicht öffnen. Jetzt müssen wir leider Gottes warten. Ich habe nur noch zweieinhalb Herzen. Nein, ich liebe. Oh, du hast geöffnet? Ja, gut dann. Ja. Mach auf. Okay. LOL. What the fuck? Und ich bin gestorben, weil ich jetzt zweieinhalb Herzen hatte. Schönen Dank, Kevin. Ja, Alter. Ich habe ihn gekillt. Ich habe ihn gekillt. Jetzt ist es endlich mal soweit. Jetzt ist es endlich mal soweit. Komm ran hier, da. Das hat einfach der Blitz eingeschlagen. Ach so, wegen des Luckys. Der Schuldige dieses Todes kann die Abmott machen. Kevin. Was? Warum bin ich schuld, wenn du einen Creeper kannst? Weil ich nur zweieinhalb Herzen hatte wegen dir. So, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann töte ich Schädefock jetzt. Ade. In Ade, Junge. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Peace. Peace. Peace.